Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich bin die Kathi von der Einfrau-Fitnessfirma DondoFit. Ich bin Lehrerin für Fitness, Mentaltrainerin und ausgebildete Köchin und genau die drei Bereiche, die vereine in meiner Firma DondoFit, trainieren, essen, glücklich sein. Ich begleite Menschen auf einem ganz individuellen, einzigartigen Weg in ein glückliches, in ein zufriedenes, in ein gesundes und in ein fittes Leben. Jetzt ist die Welt ja in der Fitnessbranche leider sehr oberflächlich. Also eigentlich immer werden mit folgendem Werbung gemacht. Wenn du so und so trainierst und so und so dazu isst, dann wirst du so und so ausschauen und dann bist du automatisch glücklich und zufrieden. Und genau diese Wenn-Dann-Einstellung, die ist meiner Meinung nach nicht richtig. Weil unser Leben, das findet jetzt statt und nicht wenn dann. Und deshalb ist es jetzt an der Zeit umzudenken. Unser einzigartiger Körper, der ist nicht dazu da, dass wir alle dem gleichen langweiligen Schönheitsideal entsprechen, das uns die Medien versucht einzutrichtern, dass wir genau so auszuschauen haben. Weil stellt euch einmal vor, wir daraten in einer Welt leben, wo plötzlich alle Männer nur noch kein Nettos waren und alle Frauen plötzlich 90, 60, 90 Maße hätten. Wären wir dann alle glücklich und zufrieden? Also ich glaube nicht. Unser Körper ist dazu da, dass wir Freude empfinden, dass wir unsere Hobbys machen können, dass wir Abenteuer erleben, dass wir riechen können, schmecken können, fühlen können und im Regen tanzen. Dein Körper, das ist das Wertvollste, was du jemals kriegen wirst. Und deshalb hat er es verdient, dass du ihn gut behandelst und nicht jeden Tag kritisch im Spiegel anschaust. In deinem Körper, da steckt deine Persönlichkeit drinnen und dein Charakter, deine Träume und deine Visionen. Und das sollten die einzigen Gründe dafür sein, dass du anfangen möchtest, dich so zu bewegen, wie es dir Spaß macht und wie es dir gut tut. Oder warum du anfangen möchtest, dich so zu ernähren, wie es dir schmeckt und wie du damit wohlfühlst. Und nicht, um so auszuschauen, wie irgendein Foto geschobbtes Covermodel. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist, auf dich selber hoch, auf deinen eigenen Körper. Weil wer soll besser wissen, was für dich gut ist, als wie du selber. Ich werde mein Bestes dafür tun, dass ich dich auf deinen eigenen Weg unterstützen werde, mit meinen Videos. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß.